Geh raus! Geh raus! Du bist voll! Heil Hitler! Heil Hitler. Mich persönlich nehmen, Herr Hauptmann. Uniformen sind nur kein schöner Anblick mehr. Ja, schon gar nicht Deutsche. Schwarzer. Es wird ja so einiges über die Zustände hinter der Front gemunkelt. Aber die Dinge scheinen mir noch schlimmer als befürchtet. Name? Name? Schnabel, Gerd Hauptmann. Seit 32 in der Partei. Hören Sie, ich weiß, dass hier nicht alles den Vorschriften entspricht. Herr Braten, das war eine Notschlachtung. Das arme Tier... Entspannen Sie sich. Ich bin nicht hier, um jemandem was einzubrocken. Sagen Sie mir einfach, wie hoch der Schaden ist. Na, bezüglich der Plünderung durch Deserteure. Was haben Sie sich die Garner geholt und was war's wert? Bitte. Für die Rückerstattung. Ich bin hier, um sicher zu gehen, dass auch alle ihr Geld bekommen. Geld? Die Partei sorgt schließlich noch immer für Recht und Ordnung. Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Heil Hitler! Ich hatte zwei Kutschpferde, einen... Du hast doch gar keine Pferde. Gibt's noch was zu essen? Frühstück ist lange her. Sogar noch Braten da. Freitag, Braten! Freitag! Es gibt Braten. Gehen Sie dem Birk zur Hand? Gehen Sie schon! Verkurft, bon. Votr also fellas Okay. Wir haben dir mein ganzes Geschirr kaputt gemacht. Einen Schrank? Woher bekomm ich, Herr Hauptmann? Lassen Sie es mal schmecken, Herr Hauptmann. Glänzend. Glänzend sieht das aus. Ja, dann erst mal eine kleine Pause. Keine Sorge, jeder kriegt, was er verdient. Mahlzeit. In der Tat. Mahlzeit. Der Tat. Der Tat. Der Tat. Der Tat. Vielen Dank.